Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir leben in sicherheitspolitisch sehr herausfordernden Zeiten und der islamistische Extremismus und Terrorismus ist nicht die einzige sicherheitspolitische Bedrohungslage in Österreich, aber mit Abstand die größte, wie auch aus dem jüngsten Sicherheitsbericht wieder hervorgeht. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ist neben den einzelnen Landesämtern der wesentliche Schutzschirm, die wesentliche Schutzmauer in unserer Republik, wenn es um die Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit geht. Und eine Reform des BVT, der Reformprozess läuft ja schon länger, aber man sieht immer mehr und man hat aufgrund der Vorfälle im Vorfeld dieses schändlichen Attentats vom Allerseelentag ja gesehen, die Verkettung von Fehlern, die hier funktioniert, dass das BVT nicht mehr nur reformfähig sein wird, sondern eine komplette Neuaufstellung brauchen wird, inklusive Ausschreibung aller Leitungsfunktionen und natürlich auch die Fokussierung auf die Kernaufgaben. Und ein wesentlicher Teil ist auch die Sicherstellung der parlamentarischen Kontrolle, weil es ist jetzt so, dass die Kontrolle, und das haben die Kollegin Grispa und der Kollege Wallner schon ausgeführt, nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte und gesetzlich vorgesehen ist. Das Parlament ist dazu zuständig, die Legislative ist dafür da, die Exekutive, die Regierung, zu kontrollieren und natürlich auch alle Behörden, die der Regierung unterstellen. Und der Innenminister Nehammer wird ja nicht müde, immer wieder zu betonen, die Opposition wird so stark eingebunden wie noch nie. Es gibt so viele Sitzungen auch dieses geheimen Unterausschusses wie noch nie. Ich habe mir das jetzt genau angesehen. Es ist ohnehin vorgesehen, dass einmal im Quartal eine Sitzung stattfinden muss. Und genau diese vier Sitzungen haben auch stattgefunden im Jahr 2020 bisher, mit der einzigen Ausnahme nach dem Terroranschlag. Auf Druck der Opposition wiederum wurde der ständige Unterausschuss einberufen. Also es hat eine Sitzung mehr gegeben aufgrund eines Einzelereignisses, eines tragischen. Aber es hat in Wahrheit diese Quartalssitzungen gegeben, die ohnehin vorgesehen sind. Also oft erscheint das als lästige Pflichtübung. Und das ist eben unser Hauptkritikpunkt, dass wir, die ja gesetzlich zur Kontrolle verpflichtet sind, das ist ja nicht unser Hobby, das ist ja unsere Pflicht, diese Kontrolle sicherzustellen, dass wir in dieser Kontrolle behindert werden. Weil es kann ja nicht sein, dass im ständigen Unterausschuss, aber auch teilweise im nationalen Sicherheitsrat, wir nicht mehr erfahren, als Sie bei Pressekonferenzen. Also das kann so nicht funktionieren. Und es gibt ja auch die Vorgaben der europäischen Partnerdienste, dass die Kontrolle ein wesentlicher Teil ist. Und es gibt ja internationale Beispiele, nicht nur in Deutschland. Es gibt in vielen Ländern eine ordentliche parlamentarische Kontrolle. Aber das deutsche Modell, natürlich mit Adaptierungen auf die österreichische Situation, ist einmal unser Diskussionsvorschlag, weil wir finden, dass das sehr gut funktioniert. Der Kollege Einweller hat damit geschlossen, dass er darauf verwiesen hat, dass ich was zum Berichtswesen sage. Das sind die zwei Punkte, die ich jetzt inhaltlich bringen möchte, nämlich einerseits das Berichtswesen und andererseits das Protokollwesen. Wir sind für die Einführung oder wir schlagen die Einführung eines Berichtswesens auch an das Plenum des Nationalrates vor, über die Kontrolltätigkeiten des jeweiligen Ausschusses. Also es gibt ja unseren Ausschuss, unseren Geheimen, und es gibt dann ein Gegenstück auch im Bereich der militärischen Landesverteidigung, die ja auch entsprechende Dienste haben. Und natürlich ist es klar, dass es immer ein Spannungsverhältnis zwischen dem öffentlichen Unteresse gibt und einer notwendigen geheimdienstlichen Geheimhaltung. Das ist völlig klar. Aber der Ausschuss ist auch in der Lage festzustellen, was für die Öffentlichkeit gedacht ist. Und das Wesentliche ist aber, dass die Abgeordneten, die gesetzlich dazu verpflichtet sind, die Kontrolle auszuüben, auch die uneingeschränkte Kontrollmöglichkeit haben. Weil es ist ja aufgrund des Informationsvorsprungs der Regierung natürlich ja nicht einmal möglich, dass man präzise Fragen stellt. Und eine Berichtspraxis, eine Gelebte, gibt es nicht, weil es wird immer nur das beantwortet oder teilweise nur beantwortet, was man mit langwierigen Nachfragen dem Minister oder seinen Spitzenbeamten dort aus der Nase zieht. Also wir stellen uns vor, dass die uns regelmäßig von sich aus berichten und auf konkrete Fragen ebenso konkrete Antworten geben. Wir stellen uns vor, dass die Ausschüsse auch selbst Bedarfsberichte an das Plenum erstellen können und dass die Ausschüsse in ihren Berichten auch eine Bewertung über die Qualität der Auskunft, die der zu Kontrollierende ergibt, auch abgeben können. Und deshalb soll es möglich sein, das wurde, glaube ich, bereits angesprochen, dass ein Viertel der Ausschussmitglieder auch verlangen kann, einen Minderheitsbericht zum Bericht an das Plenum zu stellen. Und das ist ein wesentlicher Teil, weil wenn wir die ordentliche parlamentarische Kontrolle endlich implementieren könnten und auch gesetzlich festmachen könnten, dass es wirklich funktioniert, dann würden wir uns auch solche Situationen ersparen, dass jene, die kontrolliert werden, sich selbst eine Untersuchungskommission zusammenstellen für einen speziellen Fall, wo sie das Personal, natürlich auch die Mitglieder selbst aussuchen und natürlich auch entscheiden, welche Dokumente und Unterlagen diese Kommission braucht. Also es braucht dann keine Untersuchungskommission, weil wir unsere gesetzliche Aufgabe als Parlamentarier zur Kontrolle ohnehin wahrnehmen. Also wir würden uns solche Parallelstrukturen wie so eine Untersuchungskommission in Wahrheit eigentlich ersparen, würden Ressourcen sparen und auch Finanzmittel sparen und vor allem für Transparenz und ehrliche Information sagen. Der zweite Punkt, den ich abschließend ganz kurz anreißen möchte, ist die Präzisierung des Protokollwesens, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben diesen Unterausschuss des Innenausschusses, diesen Geheimausschuss, wie er genannt wird, und da gibt es kein Protokoll. Das ist zwar gesetzlich vorgesehen, aber da gibt es keine einheitliche offizielle Mitschrift, kein Protokoll, man hat keine Einzelmöglichkeit natürlich auch nachher Einsicht zu nehmen. Und das ist wichtig, weil Sie wissen ja, man sitzt da drinnen und man merkt sich ja auch nicht alles. Man ist abhängig von seinen eigenen Erinnerungen und seinen eigenen Mitschriften, die man macht. Und das kann ja so bitte nicht funktionieren. Das muss so funktionieren, dass das auch von Schriftführern unterfertigt wird, so wie das auch vorgesehen ist, und dass sich die Fraktionen dann auch auf ein einheitliches Protokoll, wo ordentlich mitprotokolliert wird, einigen. Natürlich sensibler Inhalte, so wie alles aus diesem Ausschuss, bleiben natürlich unter Verschluss. Aber die Mitglieder dieses Kremens müssen jederzeit Einsicht haben und sich dieses Protokoll auch ansehen dürfen. Also wie gesagt, das nochmal zu festhalten, obwohl es scheinbar auch jetzt schon vorgesehen ist, dass es ein Protokoll gibt, gibt es kein Protokoll. Es wird keine offizielle Mitschrift angefertigt bei diesen Sitzungen. Ja, der Präsident des Nationalrats hat natürlich für eine sichere Verwahrung auch dieses Protokolls zu sorgen. Wir sind uns bewusst, dass wir eine große Verantwortung haben. Wir sind aber alle auch sicherheitsbelehrt und können damit umgehen, auch vertrauliche und ja auch geheime Informationen mit denen zu arbeiten. Das wäre wünschenswert, wenn im Zuge der BVT-Reform auch herauskommen würde, dass das auch im BVT selbst dann wirklich konsequent so gehandelt wird, dass geheime und vertrauliche Sachen auch dort bleiben und nicht immer wieder geleakt werden. Ja, abschließend von meiner Seite, es ist wirklich ein Appell auch an die Regierungsparteien. Die Kollegin Krisper hat es gesagt, wir sind drei Parteien, die unterschiedlich sind und die gerade in sicherheitspolitischen Belangen sehr, sehr, sehr unterschiedliche Zugänge haben, alle drei. Aber hier haben wir einen gemeinsamen Nenner gefunden, die parlamentarische Kontrolle sicherzustellen. Weil es geht ja nicht mehr und nicht weniger als um die Sicherheit der Republik Österreich, unserer Dienste, die für die dementsprechende Sicherheit zu sorgen haben. Und da gehört die Parteipolitik meines Erachtens raus. Das muss im Interesse aller sein. Das muss im Interesse jedes einzelnen Mandatars sein. Ich verweise insbesondere auf die Grünen, die die parlamentarische Kontrolle ja jahrelang als heiligen Kral ihrer politischen Arbeit auch vor sich hergetragen haben. Zu Recht im Übrigen, dass die hier auf den Koalitionspartner einwirken, weil die Zeit des Zudeckens und Verduschens und Wegschiebens, die muss endlich vorbei sein. Und das zeigt auch dieses Beispiel, dass es möglich ist, gemeinsam etwas auf den Weg zu bringen. Und das ist jetzt nicht nur irgendein Forderungskatalog. Das ist wirklich ein konkreter Vorschlag, ein Diskussionsvorschlag, den man eins zu eins übernehmen könnte. Der ist durchdacht, der ist gut formuliert. Aber natürlich sind wir auch gesprächsbereit, wenn es einzelne Vorschläge auch noch gibt der Regierungsparteien. Und das Schönste wäre, wenn wir am Ende des Tages einen gemeinsamen Fünf-Parteien-Antrag zusammenbringen könnten, um uns zumindest auf die Grundprinzipien und die wesentlichen Eckpunkte der parlamentarischen Kontrolle einigen. Weil das, glaube ich, sind wir nach dieser Pleitenbech- und Pannenserie im BVT auch der Bevölkerung schuldig, dass wir uns hier als Parlamentarier einmal zusammenreißen und das Gemeinsame vor das Trennende stellen und hier wirklich das BVT in eine gute Zukunft führen, weil das ist absolut wichtig für unsere Republik Österreich. Danke. Danke.